Let's play Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer neuen Welt. Schiffsbau abgeschlossen. Und er wird es nicht überleben. Und wieso? Weil wir dann mal zu langsam sind. Ein Treffer noch und das Schiff ist down. Schön, noch mal eins. Ist doch supi. Verfolgung aufnehmen, versenken und was dazu gehört halt. So, die sind unterwegs, sehr schön. Die können dann hier unten gleich mal ein bisschen aufräumen, denn das sieht jetzt gerade ein bisschen sehr doof aus, wenn ich ehrlich sein soll. Wer ist die versenken? Mein Markthaus, ey. Habe ich hier irgendwo nicht? Ne, natürlich nichts. Sprich, irgendwo ein Haus zum Reparieren, also da unten. Hm. Doof, doof, doof. Ich bin ja richtig doof, Mann. Ja, ja, ja. Äh, Kräuter wollte ich, genau. Oh nein, jetzt habe ich es. Habe ich es dabei? Nö. Nein, ich habe es nicht dabei. Ich habe es nicht. Egal, wir sind bereits hier. Wir sind bereits hier. Äh, was ist das wieder falsch? Mann, ich verpeile es immer. Den sollt ihr... Ja, geht doch so. Zurück und dann kannst du mal ein bisschen Werkzeuge zurücklegen und Holz auch ein bisschen. Naja. Wird schon gut gehen, denke ich mal. Hier oben habe ich genug Holz, genug Werkzeuge fürs Erste zumindest mal. Ähm, ähm, ähm. Ich brauche, brauche... Wegen Weizen. Weizen... Weizen, Weizen... Nehme ich mal... Weizen, Klos natürlich, also Kräuter. So. Wird ein Schuh draus, wie... Ich werde euch ein für allemal von dieser Erde tilgen. Ach, eh meine ich zu leeren Versprechungen. Höh, was macht ihr hier? Mann, oh Mann, ich habe doch gesagt, ihr sollt ihr angreifen. Mensch. Ja, also du, du sollst deinen Kurs aufnehmen. Zack. Schiff fertiggestellt. Sollte ich mich durch eure Aufrüstung bedroht fühlen? Doch, sollst du. Wieso fragen... Äh, was? Ist er vorgesetzt? Ja, dann mach mal. Ah ja, jetzt endlich. Mach mal das Spiel so seine kleinen Tücken. Aber ist ja egal, hauptsache es funktioniert nicht, wa? So, jetzt den noch ganz kurz machen. Geht den ganz hurtig zuckig. So, sehr schön. Und jetzt den noch. Gut. Und wenn wir stehen geblieben, genau. Äh, ich wollte das hier zurücklegen. Sehr schön. Die mitnehmen. Umso besser, äh, sehen wir... Einen Kuttergesock. Um möglicherweise Geolog Ressourcen zu erschliessen. Verdammt. Ressourceisenvorkommen. Brauche ich ja hier nicht. Das ist natürlich... Gut. Geben wir hoch. Ein Brand zerstört Ihre Siedlung. Nein! Muss das sein! Wieso denn nur? Oh Mann, oh Mann! Das Schiff ist noch da! Das Schiff ist noch da! Es ist noch da! Gott sei Dank ist es eigentlich bei euch mit euren... Siegermilch mittlerweile aus. Ja, danke. Meine Unterstützung! Ja, es steigt wieder! Na, Gott sei Dank. Alter! Ist aber ganz schön hurtig, wa? Eine Produktion kommt zum Elite. So, das hätten wir auch geschafft. Heisst für uns wieder mal das alte Prozedere. Zack, noch ein Wachtturm. Das Kontoabreisen würde ich natürlich gerne machen. Geht aber nicht. Heisst, wir haben jetzt hier ein neues... Oh oh. Er ist erschöpft. Ja, das finde ich jetzt nicht so toll, wenn ich Ella sein soll. Moment, ich habe eine Idee. Könnte klappen. Ganz kurz gucken. Äh, da gehe bis soweit. Okay. Meine Idee ist nämlich jetzt einfach mal ein bisschen zurückzustellen. Könnte klappen, so. Ja, ihr müsst mal ganz kurz weg, Leute. Es ist einfach ein bisschen im Weg, wenn ich ehrlich bin. Gut, danke. Äh, was soll ich jetzt machen? Genau, den hier hinstellen. Ich brauche nur genug Platz. Zwischen zwei Mitspielern herrscht Krieg. Na, endlich mal. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Och ne, jetzt wird's wieder kritisch. Jetzt wird's heikel. Wo ist denn der jetzt wieder? Äh... XYX gucken. Wo steckt er sich? Hier sehe ich ihn gerade nicht. Schweine der Mitspieler schliessen ein Handelsabkommen. In der grosse Stadt ist sowieso ziemlich schwierig ihn zu finden. Sprich sogar fast unmöglich. Hier ist er nicht, hier ist er nicht. Epp, wieder mal. Ist er mir durch die Lappen gegangen. Die alte Schweinebacke, wo ist denn der? Leute, seht ihr ihn? Wir sehen nichts. Wir sehen uns. Nope, keine Chance. Den finde ich nicht mehr. Ach, ist doch schön lange warst du noch. 2-9 Minuten. Schauen Sie sich nicht mehr. Diese Wester sind für die Bevölkerung. Gehen Sie auf. Ach nein. Ach, wie immer das gleiche was, wo eigentlich ein Stimme jemanden. Genau, das kommt er fuckt er gerade ab. Langsam mal 40 Treffpunkte noch. Der Feinfeld nicht mehr. Ah, ich wollte es endlich mal geben, was? Äh, hallo? So, geht doch! Und ausgesockelt, yep! Aktivieren bitte schön, wir haben endlich Kräuter! Meine Güte! Jetzt müssen wir uns aber ganz schnell beeilen, ganz schnell runter! Ja, ganz schnell! Ich hoffe, wir finden hier unten nicht gerade unseren Tod. Das sieht nicht so aus, okay. Gut, wir können Kräuter anpflanzen. Wir haben momentan alles, was wir wollen, ausser hier unten. Sag ich mal weg, ja, ist jetzt weg. Nein, es brennt schon! Brennt das da unten auch noch? Alles brennt, alles brennt, den Michael einfach vor dem Hosenlatz weg. Äh, was? Gut, muss reichen. Tut es auch bis hier oben, wa? Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Gefällt mir nicht! Was machst denn du hier unten jetzt? Gewürzfarm, die brennt. Nicht gut, aber was soll's. Ein Schiff, der uns versenken will. Nicht gut, aber was soll's. Na ja, der versucht's auch wieder. Oh Mann, oh Mann. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Nichts Neues, nichts Neues. Das Schiff wird ja auch versenkt. So, könnte ich jetzt endlich mal hier ein bisschen Gewürze machen. Wie sieht's denn aus den Kräutern? So, mach hier mal. Äh. Eine Steine mehr, ich krieg langsam die Krise. Ständig ist was los, da kriegst du auch nur die Motten, wenn du daran denkst. Gut, äh, das Schiff ist sowieso unterwegs. Sprich, ich baue jetzt hier mal einen ganz, ganz schnellen kleinen Kaufmannskugel. Für einen schnellen Versand. Und wohl eher schnellen Transport, wa? Wir sind gleich unten, wir sind gleich da. Natürlich ist das Schiff viel schneller. Äh, ich hab einen Flaggschiff mit dem Extra-Segel ausgerüstet, das stimmt soweit schon. Und, 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 und. Natürlich, bereits einmal im zweiten Part. Sprich, ich bin mittlerweile bereits im dritten Part, den ich für heute aufnehme. Äh, ob das gut oder schlecht ist, hab keine Ahnung. Momentan ist es gerade so spannend, wie ich finde. Hm. Geil. Ja, und Sagen hat schon was, wa? Unser erster Klostergarten. Ja, was allerdings im Klostergarten mit Bier zu tun, das ist natürlich die andere Frage. Aber, hey, ist nicht unser Problem. Natürlich, wo natürlich, äh, ja. Ein paar Adelige gesagt. Äh, wo natürlich, äh, Heilige auch. Ein bisschen was zum Trinken haben. Wieso, ich bin hier unten. Du Arsch. Ich bin doch bereits hier. Oh, ich meine, no. Konkurrent, ja, ist klar. Äh, äh, äh. Oh, Männlein, viel zu schnell. 29 Seil, alles klar. Ja. Und du bist raus. Ja. Aha. Was findest du? Der Adelzüchlein macht einen noch nicht zum besseren Menschen. Ihr habt euch tatsächlich meine philosophischen Abhandlungen gequält. Bemerkenswert. Ja, find ich auch. Wirklich eine Quälerei. Eine Schufterei, Mensch. So, kann ich hier irgendwie was vielleicht mal ein bisschen zurückstellen? Brot, Weizen. Wir haben alles zu viel. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ja, dankeschön, ich versuch's mal. Äh, zack, zack, zack. Wenn wir schon zu viel haben, nicht wahr? Ähm, brauchen wir auch nicht mehr. Soll ich den auch noch abholzen? Kosten! 27! Weg. So, 27 mehr. So, einfach ist die Buchhaltung. Und so halt, mach ich's mir. Achilles, die Achillessehne. Au. Ja, tut weh. Äh. Ach, mein Nooo. Ja, also ich sag dazu nichts mehr. Der ist einfach nur so ein Oberarsch, ey. Das geht einfach nicht anders. Der ist einfach einer, öh. Direkt vor meiner Schnauze. Mhm, ist klar. Äh, Maun, was macht die überhaupt? Fällt der gerade danach zusammen oder geht's langsam wieder? Zzzzz. Äh, Gewürze. Euch fehlt eine Gewürzplantage. Sie haben eine gegnerische Einheit gesehen. Hallo, eine Gewürze. Gewürze! Ah, hier. Die Gewürzplantage. Hier ist sie wieder. Sehr schön. Bitte versenken. Ja, bitte tut mir den Gefallen. Was ist denn hier schon wieder? Der Brunnen, der Brunnen, der Brunnen. Ah. War komplett leer. Oh, Alter. Komplett sogar. Äh, auf See. Boah, das ist da oben das Schiff. Tja. Ist nicht schön, Feine zu haben, Leute. Ist es nicht einfach wunderbar. Wunderschön. Ich muss, glaube ich, noch Hafenwehrtürme bauen, wenn das so weitergeht. Äh, achso. Die Verbindung zur Strasse fehlt. Kein Problem. Zack. Äh, den gleich auch noch, wenn du so gut wärst. Und zack, bumm. Äh, ja, nackter. Ist klar. So, sieh und endlich auf. Schön. Ja, Freunde, ich weiss auch schon, was ich brauche hier. Unbedingt, unbedingt. Vor allem bei der Logik von Lucius sowieso. Ganz wichtig. Brauche ich, äh, ein kleines Zimmermannshaus. Und natürlich noch eine Feuerwache. Die jetzt nicht geht, weil ihr kein Ziegel mehr habt. Tja. So ist das Leben. Ihr Brutzeln weg. Nein. Wenn ich euch damit unterstützen kann, soll es mir recht sein. Schnell! Alter, war aber ganz schön knapp, wo ist mein Schiffchen hin? Nein, das Schiffchen segelt einfach allein davor. Die steht kurz davor, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Die machen das schon nicht, keine Sorgen. Wir haben eine ätterische Einheit für sie. Wo denn jetzt? Alter, wo gehst du denn hin? Eine Trotzburg des Feindes wurde an ihrer Küste erledigt. Ja, vielleicht darfst du ja bis dorthin. Alter, ich glaub's auch. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich habe eine Vermutung. Bitte sag mir nicht, dass das wahr ist. Bitte sag mir nicht, dass das wahr ist. Ist das mir Lucius gerade? Niemand in der Stadt hat mehr Einfluss als ihr. Dieser Miesewurm. Alter, jetzt ist es zu weit gegangen. Nur weil es ausgerüstet und gesockelt war, jetzt ist es natürlich weg und so. Ich kann es nicht mehr... Alter, habe ich gerade eine Wut im Bauch. Das glaubt ihr mir gar nicht. So, so, Lucius. So, so. Herrje, auf diesen Feldern gedeiht ja nur Unkraut. Schnauze oder du bist der Nächste, der gleich nicht mehr gedeiht. Das gibt es doch einfach nicht, Mann. Womit habe ich das verdient? Da war ich mich ernsthaft, Freunde. Frag ich mich ernsthaft. Womit habe ich euer Leo Michael das verdient? Und übertroffen. So ist es gut. Ich würde ihm so gerne. Ich würde ihm so gerne. Ich würde ihm so gerne. Ihr wisst doch, was ich meine. Ihr wisst es doch alle, was ich gerne würde. He 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 he. Oh, Rache ist Blutwurst. Aber jetzt erst einmal. Machen wir es ganz, ganz anders. Da gehst du jetzt mal zur Insel hoch. Der ist auch da oben. Der nette Herr. Wir werden uns ganz, ganz langsam schön beruhigen. Hm. Es ist schön, wie es ist. Du kannst ein bisschen pausieren. Und wir werden hoffentlich hier, hier unten, werden wir hoffentlich wieder was bekommen. 500 Goldmünzen durchwuscheln. Ah, seht ihr Saku-Kräuter. Es wird noch 100 Ruhm. Hey, 100 Ruhm haben wir doch locker auf der Tasche. Also, wo ist das Problem? Nirgends. Ich wünsch das wäre so. Hm. Hm. Was ist das hier? Kaltenbach 2. Was ist das denn? Beschissene Insel. Natürlich gehört es ihm. Kann man sagen. Beschissene Insel. Gehört es ihm. Mhm. Es ist egal, mein Schiff ist hochgekommen, wie es aussieht, wa? Dafür wird es jetzt verfolgt. Mit einem ganz grossen Kaliber. Oh, oh. Ich hoffe mal, dass meiner ein bisschen schneller ist. Und er würde sagen, bitte beschützen ihn wieder. Wir müssen gleich, gleich schnell sein, wa? Ja. Der Rest. Wieder zum Rest da aus meiner Güter. Ja, Mehl weniger. Wer braucht das schon? Wir brauchen eh kein Mehl. Über eine Insel. Du, 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 du. Dämliche Sandstürme. Oh, alt wie sie aussieht. Alles verkokelt. Alles. Alles ist, ja. Schön. Richtig schön. Wie viele Leute haben wir überhaupt noch hier? Nicht mal so viele, wa? Okay, muss man ganz kurz die Sträume da anheben. Tut mir leid, aber wir müssen wieder Leute einziehen. Sonst bin ich langsam Arsch. Und die Bauern auch. Und ja, ich weiss, ich mache Verluste. Äh. Nicht mal. Hä? Ich mache nicht mal Verluste, ey. Wie kommt denn das? Was? Das war wirklich ernsthaft. So. Äh. Zack, zack, zack. So. Das auch noch. Äh. Ja. Die Seilfrauen waren gerade sehr clever. Ihre Wasservorräte werden knapp. Schnauze. Was mache ich jetzt gerade? Ich wollte gerade eine Feuerwache bauen. Plus inklusive natürlich. Ganz klar. Wenn es mit so einer Scheisse nie wieder passieren möge. Ja, möge. So. So. Ne, kann man gerade ein bisschen beschissen. Entschuldigung. Weg mit euch. Rache! Äh. War ich stehen geblieben? Genau. Gut. Gut, 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 gut. Eine Feuerwache hätte ich gerne. Der längst entwegen es geht. So. Dankeschön. Plus das hier. Vor allem für unser Konto hier. Gut. Jetzt kannst du aufsteigen. Wunderbar. Das gefällt dir doch. Oder du? Du steigst doch gerne auf. Ja. Du schon. Nicht weniger. Gut. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Schön. Jetzt. Können wir da hingehen. Dann geht ihr mal. Wo ist der Typ jetzt? 21 Minuten und noch genug Zeit. Sogar genug Zeit für eine kleine Spritztour. Ar来. alta. Viertel vor fünf Jahren. Das Viertel vor fünf Jahren. Ein verackteres Handel. Nein. really. Oh. Du willst es wissen Kumpel. Du willst es wirklich wissen. Das kannst du haben. Hahaha. Ich wasitute. Es gibt einmal eine grossen Kriegscheiße. Ach. Ich freue mich an Radosper. Äh. Steuern. Äh. Wir sind ja hier, bei Anno. Von wegen Schiffsreisen. Äh. Meine Stimme ist wieder im Arsch. Da schmeissen wir doch gleich mal ein kleines Lutschbombo in den Dachern. Was mit Raskonto? Muss das sein? Warte gerade noch, hä? In der Nähe. Äh, achso, ich bin ja da oben. Und wer ist denn wieder mal die Korsaren? Wer könnte es auch sonst sein? Hey, Korsaren! Hm. Hafen Wehrturm, dann vermutlich auch bauen. So, drei Stück nebeneinander, vielleicht zwei. Das wird schon reichen. Äh, was soll ich denn machen? Genau. Mit dir, wenn es geht. Und zwar nicht das. Ne, das nicht. Kräuter, danke schön, wir sind wieder weg. Wir sind wieder weg und gehen gleich mal wieder bei der Insel vorbei. Damit die endlich weiter produzieren können. Ja, endlich mal. Hm. Eine kleine Abfangpatrouille hier, wa? Wäre theoretisch ne Idee, praktisch. Was macht ihr hier? Wir aufteilen ist nicht, ist das klar? Äh, du gehst bitte wieder deinen Kurs aufnehmen, hallo? So. Ja, du hast die Hunde gar nichts gemacht. Ja, das sind natürlich die Besten. Das dulde ich nicht. So, die wären weg. Äh. Und das ganze Kommando wieder zurück. Weil wir müssen das Schiffchen hier beschützen. Das ist immer noch das A und O hier. Wie ich das bin, ne, ne, ne. Ihr werdet wieder von mir hören. So sieht's aus, ja. Es repariert wieder, seht ihr? Ähm, ich hoffe es zumindest. Gehen die Punkte wieder hoch. Äh, hallo? Äusserst vielseitig. Gehen die Punkte wieder hoch? Habe ich gefragt. Ich habe eine Antwort. Ähm, scheinbar ja nicht. Verstehe ich nicht, dich armer Wicht. Ich habe mir manchmal wirklich so vor. So, zack. Was nicht? Er wieder zu wenig Zeit. Alter, das kann's doch nicht sein, Freunde. Das kann's doch nicht sein. Ständig zu wenig davon haben. Äh. Hä? Äh, ich hab doch gerade, ich hab... Ich verstehe es nicht mehr. Ich hab doch gerade... Äh, ist egal. Ist egal. Ich bin halt doch zuerst hier hoch. Hm, wenn's nicht unbedingt sein muss, dann ist es das. Verstehe das, wer will. Und wenn der nicht zu mir vorbeikommt... So, Abfangkurs kommt schon, das schafft ihr schon. Die Welt mir gehören uns. Alter. Also im Grunde genommen, Freunde, müssen wir das Spiel jetzt zu zweit zocken. Sprich, einer der ständig Lucius abwehrt. Und natürlich die Kursaren noch. Und dann halt der andere, der... sich halt um die Fortpflanzung. Klingt zwar ein bisschen dämlich, ich weiss. Aber es ist halt Tatsache, der sich darum kümmert. Das kann's echt nicht sein. Schön. Kommt die nächste Schlacht gerade, oder? Ja, die nächste Schlacht kommt gerade. Der ist immer flott unterwegs, umso besser. So. Mit diesem Schiff kann ich einfach... Oh, so der gleiche wie wir. Haha. Ist ja schön. Habt ihr eure Pflicht erfüllt? Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Mach das, mach das, mach das. Ja, ich mir auch. Stell dir vor. So. Du gehst wieder am Zaun. Es scheint bergauf zu gehen. Ich sollte mein Geschäft weiter ausbauen. Aber nur... Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bevor wir uns hier noch vermasseln. Nö, da ist es ruhig, alles klar. Dann dennoch... Dann hab ich hier wieder mal ein bisschen... Ein bisschen... Ruhe. Wenn es genehm ist. Natürlich nur. Die Besten ist bei Ihrem Nachbarn vorüber. Schön. Wir haben gar keine. Umso besser. Hm. Mhm. Mhm. Naja. Ist auch nicht gerade das Wahre. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein... Oh, nicht schon wieder. War langsam Geschmack gekommen, wa? Ja, genau. So, kommen Sie noch schnell in die Mitteilung? Ich versuche es nochmal. Hm. Wo könnte er denn jetzt sein? Hier ist er nicht. Ein Gegner hat eine Trotzburg auf Ihrer Insel errichtet. Wenn ich nicht weile komme ich zur Spitzenmesse. Äh, ich hab's gehört, Freunde. Ich hab's gehört, aber ich versuche gerade... Die Details... Man hat Ihre Bevölkerung zum Aufstand angestachelt. Wo war denn der jetzt schon wieder? Die Details bleiben besser unter uns. Hier unten war der. Oh Mann, oh Mann. Äh, wo ist denn die Trotzburg? Hm, wo ist die? Wir hätten das wieder geschafft. Ich hab doch alle Schiff abgefangen. So, nachdem ist er hier, wie's aussieht. Ja, schön. Kannst du bitte mal das ganze Zeug da... Der Kräutergarten, der Kräutergarten, Freunde. Unglaublich, jetzt mittlerweile in der dritten Folge dieses Aufnahmen. Vielleicht sogar in der vierten, keine Ahnung. Und ich hab immer noch nicht in diesem verflixten Kräutergarten. Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Äh, ja ist klar. Wie soll ich denn die hier überhaupt finden? So. Ich schlage einen. Dankeschön fürs Einschlagen. Ich schaue fürs Abschlagen. Äh, da schnell rüber, zack. Der muss reichen. So. Bauchtänz drin, ja. Sucht ihr. Es gibt nur eins. Revolution! Es gibt nur eins. Revolution! Ich will aber nichts. Na, Bauchtänz. Und hoffen, das Icon sieht auch so aus. Das gefällt mir.